Und damit Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ich habe mal ein bisschen Pause gehabt von Baldur's Gate, haben wir ein paar andere Sachen gespielt. So wie zum Beispiel Rebo, ne? Schöne Spiel, gefällt mir sehr. Und ich würde sagen, wir machen ja weiter. Das letzte Mal haben wir ja hier diesen tollen Zirkus hier besucht. Er sieht auch mal interessant aus. Und hatten ja noch diesen Überraschungsfeig. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter hier in der Stadt. Und zwar... Wann hier nach unten? Was? So, da, schau mal. Räuchte alles okay? Alla, diese Größenunterschiede. Oh, das sieht schön aus hier. Aber wir sind so viele Gespräche auf einmal. Ja, bist du? So. Lass sie mal weitergehen. Also, die haben echt was dagegen. Ach, du heilige. Autsch. Ähm... 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 Das ist jetzt neu, Isabel. Ich brauche kein Geld. Ich lebe von allem, was ich in der Natur finde. Ich bin weiter, aber ich kriege bald Geld. Ähm... 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 Gut, reden wir mal mit ihm mal. Refugees. Take it somewhere else. My hands are full. Äh... Ja, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier nicht reinkomme. Ich brauche mal mit ihm, was ich hier nicht reinkomme. Keine Refugees. Es ist gekriegt. Ähm... Probieren wir das nochmal. Dann geben wir halt einfach zweiter Gold. Right. Artikel 30.1.5 des Kanzels Decree auf unglaubliche Wartime-Mäßungen. Ich habe das verabschiedet. Die Stadt bedankt euch für eure Unterstützung. Dein Name? Mmm... Hmm... Well met, citizen. Your parasite stirs. From the construct, you feel connection. Resonance. Mmm... Ja, was ist es? I am a Steel Watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gorton. I am a Steel Watcher. State your business. Ich glaube, mit dem werden wir noch Stress haben. Ähm... Ich glaube, das war alles so, wenn man alles, das ist hier irgendwo... Ja, ich werde noch täuschen. Ich bin aufgesandt, als erst ein Jesus von Kerzenblick. Niemann Wissen zu erwerben. Mmm... Das sind nur 10. Machen wir einen Boni mit dazu. Yo. Okay. Sehr gut. Uh-huh. Eyes open, body still. Behind the Watcher's gaze, a presence awakens. You are seen. You are known. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing. Like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's Ever Alert's crying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. It knows the cold walls of Moonrise Towers, and the cultists who fell there. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the absolute. Come quietly. Or die. ... ... ... ... ... ... Eigentlich ist da jetzt kein Kampferzettel. Wir gehen jetzt erstmal mit. Okay. Ups. Du bist von einem Verbrechen eingesperrt worden. Wenn du deine Freiheit wiederhaben willst, musst du von einem Gefängnis zu dir ausbrechen. Den von Fürst Gotasch. Ist hier. Achso. Stufenaufstieg. Wisst ihr was? Machen wir das mal schnell. Dann ist es erledigt. Dann haben wir unsere Boni. Ja, immerhin. 50. Äh, zwei Zauber. Was nehme ich denn? Schwarze Zentakel. Ich bin auf dem Boden und mache jetzt so ein schwieriges Gelände. Das ist irgendwie cool. Ähm. Keines Schloss. Nee. Ich weiß nicht. Krone des Wahnsinns. Hm. Ich glaube, Blindheit ist so grundsätzlich nicht schlecht. Das ist mit dem Gelächter. Hm. Hm. Dunkelheit, dunkle Sicht. Klopfen. Nee. Oh, ne Klage. Ja, ich nehm mal das. Und als Talent. Machen wir noch. Hm. Schafschätze, was machen die jetzt? Deine Ferngabrieren haben. Kein Madesduch. Irgendwie erhöhte Positionen mehr. Ich weiß nicht. Zieh genau. Zauber Schütze. So, er lernst du einen Zauberzug für den kritischen Treffer. Hm. Nee. Auch nicht. Zieh. Dann machen wir zieh. Gut. Hätten wir das. Ausbrechen. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Und da draußen werden wir doch alle hauen, oder nicht? Hm. Kann man mit dir reden? Okay. Öffne verschlossen. Dietrich, kein Diebeswerkzeug verfügbar. Oh, echt jetzt? Ja, wie komm ich denn jetzt hier raus? Ungewöhnlicher Schädel. Oh, Malepert, must thou stareth so? Nay, sir, hides within me. I am merely a scowl, nay more and nay less. I call myself Marvin. Thou mayst do the same. Unfortunate, nay ineluctable, perchance evitable to be confined in such immuring quarters. Thou wishest to escape the confines of this prison, doth thou not? I can helpest thee for the cost of two riddles. Answer me true, and I shall teleport thee to safety. Answer me false, and I shall teleport thee near the guards. Psss. Hm. Irgendeine Veränderung, so was ich da... Äh, wenn ihr mit mir reden wollt, dann drückt euch klarer aus. Überzeugen. Hm, 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 hm. 18, scheiße. Okay. Oh, gut. Sehr gut. Ja, ja, das hab ich schon nicht verstanden, aber ich hoffe, die Räste sind durch das Leidfrau. Ja, gut, los geht's. Dann, wir beginnen. Ich fliege, aber nicht durch den Skogen. Ich sage, galt bis heute Nacht, und hallo in der Morgen. Ich bin ein Teil von dir, und fahre, wo du gehst. Ich klebe nur noch nacken, und schaue von der Licht. Doch ohne ihn, ich kann nicht existieren. Wer bin ich? Hm. Ich sage in der Schwarzen und fliehe vor dem Licht, doch ohne es könnte ich nicht existieren. Ja, Schatten. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und mag die Hitze noch so groß sein? Komme ich doch nicht ins Schwitzen. Ein Amboss. Der König ist es nicht. Ich sage mal, es ist ein Amboss. Ein Anvil, indeed. Du machst mich am meisten stolz. Oh, ist sehr gut. Es ist Zeit, um zu entfernen. Sind Sie bereit, Herr Kollege? Ja, und ich habe so ein Gefühl, das wird nicht der Sicherheitsfall. Warum ist er in der Zelle drin? Wird die Wachen nicht eher weg? Freiheit ist Dein, wenn Sie sowas wissen. Savor es, for there is no gift, that cannot be reclaimed or ravished. Away! Du hast genug Verbrechen begangen, um von Gesetzgesuch zu entwachen. In deiner Nähe werden alles versuchen, dich deiner Gesetzeschaft zuzuführen. Und ein schlechter Ruf vergeht Flüchtling. Fünfze verbleibende Züge. Wir kommen hier weg. Gruppenmodus verwechseln, Gruppenmodus Verschleckung. Jaaa. Ich glaube, er muss jetzt hier erstmal weg. Wolle, was ist mit dem ganzen Rest? Meine ganze Gruppe ist nicht mit dabei. Eingangstür. Keine Kontrolle, kampfunfähig. Was ist denn jetzt los? Jaaa. Das ist nach hinten losgegangen. Wo sind die anderen? Ach, die sind hier. Oh. Okay. Das Ding ist. Ich überlege gerade. Ich habe ja im Inventar. Mein ganzes Inventar ist leer. Ich habe keine Waffen. Das hätte ich vielleicht vorher checken sollen. Ah, ich habe dann also nur meine Magie. Beweistruhe, Ausrüstungstruhe. Ach, Mann. Und dann heute alles provoziert Gelegenheitsangriffe. Okay. Mhmmm. 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 Let's mal kurz schnell speichern. Ob hier immer es doch malen. Äh, psycholische Überladung. Schlechter würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Feuerball. Ich müsste eigentlich... Ne, 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 bravo, warte mal. Du gehst mal hier ein bisschen so seitlich hin. Dieser Feuerball. Kriege ich denn da hinten hin, dass ich die ein bisschen mittreffe? Nicht genügend... Ne, die kriege ich so nicht. Gut, was haben wir denn hier? Tote beleben. Das machen wir auch nicht. Ich kann kaum was machen. Hmm. Das macht auch noch keinen Sinn. Ja. Gut. Hahaha, geil. Okay, also... Dolchwolke, wie ist denn das? Da kriege ich... Wie gesagt, nicht alle... Hmm, hmm, hmm... Da kriege ich die meisten von euch. Sehr gut. Oh, da werde ich nicht vorbeikommen. Wir gehen mal kurz weg. Gut. 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 Äш... 's... Proben wir das. Nee. Versteckn. Die sind wieder alle soweit heile hier. Uh, praktisch. Nice. So, wir brauchen da noch unsere Sachen hier. Ja, es ist ja geil, jetzt ist wieder halt nix zugewiesen. Hab jetzt ich den ganzen... Alter, ne, oder? Ähm, ja, okay. Ja, was du nicht sagst. So, wir gehen mal hier raus. Hm, andere Tür probieren. Ne, komm, raus hier. Okay. Nice. Ausgang? Äh, was zum... Hallo? Was ist denn jetzt schon wieder los? Auch das gibt's doch nicht. Ja. 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 Und jetzt ging es... Ja. Ja. Saat euch jetzt? Na manche. Ja. Ja. Na manche. Ja. Ja. Na manche. Ja. Your father loves you least. You have already made us so proud. Slaughter your line. Become the last of your name. Lord Baal shall have but one chosen. Memories flood back. Snatches of your story written in the blood of a thousand victims. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice and slaughter. You were their master. And he was yours. A cruel master. A dreadlord. A devoted father. All is greater than you could have dreamed. You are a spawn of Baal. His heir. His scion. Das ist jetzt irgendwie geil. Hmmmm. Die Frau kann man ja schon. The cruelty of the slayer leaps around within. You are not the last of your name. Not yet. There is another. The abomination wrapped in flesh you saw in the colony. Orin. Dear sister must die by your hand. An offering in Baals sanctum. Your heart pines for the love of your lord. Today is a wonderful day for murder. Ich mein, sie muss so oder so weg. Ähm. Da ist sie schon wieder. Was hab ich jetzt für ein Ding? Ich bin genommen. Okay, das geht gleich vorbei. Also hier ist jetzt wieder alles heile. Haben wir das jetzt? Okay, haben wir. Wo zum Teufel sind wir? Okay. Ähm. Ich möchte hier mal rausgehen. Und es gibt Gesprächsbedarf. Ähm. Okay. Wo? Ach du heilige. Ist das die andere Seitemomentkarte? Oh. Das müsste unten die andere Seite sein. Und wir sind hier eingesperrt. Überladen. Du trägst zu viel Gewichte. Ja. Ja. Ich weiß. Was ist jetzt los? Ach so. Ja. Stimmt ja. Guck mal. Können wir alle zusammenkommen? Schattenherz? Wieso stehst du einfach so da? Ähm. Ich glaub irgendwas ist mit dem letzten Patch hier nicht gut worden. Kann ich mit dir reden? Schattenherz? Hallo? Lord Gortash has been expecting your arrival. Ah. Okay. The Watcher's presence fades. But another takes its place. Confident. Dominant. Commanding. My most esteemed guests, we meet at last. I am Lord Enver Gortash. You are the prison bearer, slayer of the dread, General Ketherick Thorn. I welcome you to Baldur's Gate. My city. My city. Of course. Of course. My Steel Watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Oh. Okay. Too much to hope you've decided to surrender. Ähm. Ich glaube, ich werd mal einen kleinen Cut machen. Ich werd mal... Ach, jetzt ist unten. Ey, das ist so verwirrend. Und... Also, in welche Richtung gehen wir jetzt? Wir gehen... Theoretisch runter zu dem... Von... Ah, so verwirrend, so verwirrend. Okay. Ähm. Ich werd mal einen kleinen Cut machen. Ich werd mal das Inventar jetzt wieder sauber machen. So wie es vor... Ja, ich weis. Please make your way to the audience chamber. You know what, Leigh? Ja. Okay. Also, ich mach mal schnell einen Cut. Hier wird ein bisschen viel geredet. Und dann komm ich gleich wieder. Also, bis gleich. So, da Leigh. Da bin ich wieder. Und ich hab die Sache mal so wieder verteilt. Jeder hat wieder seine Waffen und so weiter. Schaut eigentlich wieder gut aus. Sprich, wir können jetzt hier endlich mal... Weitermachen. Ähm... Was ist hier rein? Glaube? Ohhhh... Gut doch. Ja, ja, ist... Ja, gut. Warum bist du hier? Eine Travestie, wirklich. Ach ja, und ich hab die Helme mal ausgewendet. Hm... Maustauschen? Ja, mal gucken. Also, weg gehen wir da hoch. Oh. Okay. Okay. Kins people, Baldurians, friends. Thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The Tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Nö. Das ist jetzt ziemlich ne ganz dumme Idee. Oh scheiße. 18. Was ist mit dem ganzen Boni passiert? Oh, fuck. Äh... Ja. Das machen wir nochmal. Ah... Ernst jetzt? Tu mir das nicht an, bitte. Ah... Das kann doch nicht sein. Nö. Danke schön. Nö. Na ja. Das war's. Hmm. 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 Oh. Okay. Hmm. Hmm. It seems so. Hmm. 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 Ja, ich hab natürlich die Option, da jetzt voll mitzusteigen. Ähm. Meine Kumpel, glaub ich, wird da nicht mitmachen. Ähm. Ja, was soll ich auf Abel weitermachen? Das wäre schon interessant, ne? Oder das ist halt irgendwo eine Lüge. Aber es ist unwahrscheinlich. Hm. Hm, 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 hm. Have you gone soft? I find that hard to believe. One's true nature always rises to the top. When Ketherick fell, I feared the worst. That our plans would fail like so many before because of discord among ourselves. Now you've returned. We can achieve all of our dreams still. You brought Thorm's Netherstone. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The Quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown. I expect it'll start with turning the sword coasts infected. You among them. A prism of yours won't last indefinitely. Next, the Grand Design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well... A bleak prospect. But it's a fate that can be avoided if you and I renew our old partnership. Together, we can still restore authority over the brain. Hmm... 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 Wer will mich ausspielen? Ähm... Die Frage ist eigentlich wie hinfällig, wenn man sie soll sterben, aber mit ihr verbünden. Eigentlich würde ich schon die böse Seite weiterfahren. Das Verbünden ist nicht der richtige Weg, sie sollte so oder so sterben. Ja, ich habe mal keine Angst vor ihr. Ja. Ich will diese Stadt zu glücklich, nicht auf die Erde zu glücklich. So ich gehe zu den Sion von Baal. Du bist der Lieber Herr. Er hat dich zu regeln. um Let's make our pact anew a divine oath sworn upon spirit and flesh I Do no harm to you nor you to me Furthermore you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands Thorm's stone is yours to keep when you slay our in and take her stone you bring it here So the three are united once again Together we rule Faerun as kings No more than kings gods We rule as the absolute The edge the deplorably brutal urge sickens within you When you level the world over that dead world must be yours alone But first you will rule then you will ruin What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit This alliance could serve us well And if it does not well we need not honor it Das habe ich mir allerdings auch gerade gedacht Let's be allies Said the viper to the frog Hmm Olin hat mich betrogen und ihr habt mir nicht geholfen Was hat sich seitdem geändert? Ihr scheint Ich scheint euch einmal vertraut zu haben und das hat mich ruiniert Natürlich bin ich nie wieder Ich werde die Olin besiegen und dann bin ich Hmm Hmm Ja, Nummer eins Natürlich Hmm Hmm Hm Hmm 15 Sehr gut Ja gut, ich spiele jetzt erstmal mit Ja, das wird nicht gut enden Das ist mir schon irgendwo klar Was? Ah Nein Ja gut Ja, mach mal ein Moment Für den Moment Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard I will heed your call A new chapter begins Enver Gortash Um, ja Enver Gortash The council appoints you Archduke of Baldur's Gate My friends The steel watch stands ready Let its blade fall on any who would diminish our city And you honored guest Will find me in my office above when you return Do not come empty handed Das Wird noch spannend werden Ein Escher Okay Okay Die gehen alle wieder Und wir haben Jemanden in unserem Lager Der Uns nicht gut Gesonnen ist Ich weiß nicht, ob ich dem glauben soll Ähm Was hat man mit dir reden Was hat man mit dir reden Und Nummer 2 Und er steht da hinten, weißt Ähm Vielleicht doch Er hat einen Pakt mit Käfig ohne Den er offenbar nicht gebrauchen hat Ja, sie ist happy. Was sagt denn eigentlich das Questlook dazu? Ich schalte das Elisgne, übernehme die Kontrolle. Denke über Gottes Vorschlag nach. Schalte die Stahlwache aus. Hmm. Das ist natürlich auch eine Option. Wobei das ist gefährlich, weil wenn die aus ist, dann haben wir vielleicht keinen Schutz, wenn uns dann die anderen Feinde angreifen. Hmm. So, das wäre das. Das Verlangen rettet den Großherzog. Das ist ja auch noch sowas. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Kompliziert. Was sagt denn die Karte jetzt? Wir haben hier Stelle für das Go-Tage. Ne, das machen wir noch nicht. Kehre zu Mitoa zurück. Hmm. Die, glaube ich, können ganz schön zwirbeln, da mit jeweils 144 und da hat es noch einige von denen. Wie können wir die wohl abschalten? Ja gut, wir gehen jetzt erstmal nach unten. Zuerst, der fertig. So, moin. Das ist natürlich super. Ich bin nur ein Impartierer. Das ist Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Ravengard's good as dead. Und zu denken, da ist no way to save him. Or is there? I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. This hat doch wieder einen Haken. Hundertprozentig. Na gut, liebe Leute. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Das wird hier, glaube ich, noch ein ganz großes Drama werden. Bin mal gespannt, wie das enden wird. Und in der nächsten Episode werden wir erstmal das Gespräch mit ihr haben und will. Und mal schauen, was sie da für Infos hat. Weil das mit dem Herzog ist natürlich anders ein Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann, bis bald. Hetz gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.